ein vötel ist so schon passiert so leute wir kommen auf die karte so wie ihr sehen könnt ist das ja das gebiet ist ja nicht gerade riesig ist nicht so ja jede menge zeugs noch jaja was haben sie jetzt vor wir holen es jetzt erstmal den den heli Bei Bö, Bö, Bö? Bei Bö, genau, da fahren wir jetzt. Laufen wir da hin, oder? Ich weiß nicht, wo weiter. Ich muss mal jucken. Ich guck mal, sie haben das ja, sie haben ja Bö gemacht. Wo ist denn Bö? Sie suchen halt Bö. Wo ist denn Bö? Wo haben sie denn Bö hingetan? Ja, Bö ist da. Da, ach da, 436. Aber er ist oberhalb, ne? Ja, da müssen sie hochlaufen, ne? Ja, sollen wir da hochlaufen? Wenn wir das können. Und immer schön drauf achten, dass wir da... Ja, doch, da können wir nicht laufen. Genau, also, wie ist der Plan? Sie haben vor, jetzt noch... Den Heli zu holen, damit wir ein bisschen flexibler sind. Und dann wollen wir uns die Waffenteile und die Ausrüstung zu holen. Also das, was da ist, wollen wir uns holen. Genau, wir wollen nämlich mal gucken, dass wir so ein bisschen, ähm... Ja, mehr besser aufleveln und unsere Skills verbessern, ne? Ja, ja, dann ist ja... Das bringt dir ja alles nix, wenn du hier, wenn du, äh, äh, äh... Nur die Mission machst und deine Skills nicht verbessernst. Ja, genau. Wir müssen ja auch die Truppenskills, damit wir auch Unterstützung haben. So sieht das aus. Ihr habt ja letztens schon gemeckert, weil... Weil ich ja mit der Drohne und so... Ich hab ja die Drohne nicht gehabt und hast du nicht gesehen und... Ich hab wohl die Drohne, ich setz die ja auch ein. Da kommen wir nicht hoch. Warten wir mal, ich geh mal herrum. Ja. Und deswegen haben wir jetzt... Schönes Bild ist hier, diese Mauer, ne? Das erinnert mich an eine andere Mauer. Nee, aber die sieht schön aus hier. Das Leben an der Mauer. Aber die sieht schön aus. Ja, das, 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 das geb ich ja auch gar nicht. Ich hab... Äh... Die ist lang, das ist ja wie ein Gefangenis. Ich hab irgendwie das dumme Gefühl, dass wir da erst mal perfekt machen müssen, bevor wir... Nee, das zeigt aber... Ja, doch, da oben. Doch, da kommt was. Äh... Kuckuck. Was, ich mach nie... Alter! Was denn? Das ist doch eine der beschissensten Ideen, die wir jemals hatten. Warum? Das hört gar nicht mehr auf. Da kommt aber einer hier auf... Da kann keiner kommen, weil er auf einer anderen Seite ist. Ach so. Da kann keiner kommen. Da sollten sie auch sehen. Ja, was ist das denn hier? Die Mauer von Carlo Grande, oder was? Das kann ja nicht sein. Aber hier oben, komm mal rüber, hier. Hier ist die Kiste. Ah, die Kiste, okay. Die ist die... Ja, pass auf, da wird noch was angezeigt. Moin! Ist hier was? Ich geh mal rüber, ja? Aber Vorsicht. Ja, ja, da scheint irgendwo anders zu sein. Hier auch mal über die Kiste. Ah, da hin. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Der liegt. Wir wollen ja nur den Heli haben. Da wollen wir ja sein. Genau. Wir wollen nur den Heli. Sollen wir den anderen auch holen, oder? Ach so, hast du beide? Okay. Die beiden, ich hab nur einen abgeknallt. Ja, ich guck mal, wo der Heli ist. Wir wollen ja nur den Heli haben. Ja, genau. Wer wollen wir? Was ist das denn hier? Ist das ein Freizeitgebiet? Was ist das hier? Ist das hier Traumlandpark oder was? Das ist die Stadt. Guck mal hier. Komm mal her. Das ist unser hier. Kommen Sie mal hier. Gucken Sie mal, wie schön. Leute. Guck mal hier rauf. Ja. Ein Golfplatz. Oh. Ja. Und das sind unsere hier. Unsere Rebellos. Oh. Hallo, Rebellos. Hallöle. Moin. Und dann ist unser Heli hier vom Sieber-Legel-Von-Legel-Von-Legel-Gekommen. Ja, weiß ich nicht. Warte mal, ich schmeiß mal, ich schmeiß mal Dröhnchen. Oh. Vielleicht können wir da irgendwas, äh, frei machen. Verstehen Sie? Ach so, ja. Gute Idee. Wir verstehen. Mach das auch mal eben. Wir sind ja sehr hoch. Ja. Natürlich sind wir sehr hoch. Bisschen ins Maximum mal und dann mal gucken. Da hat er gescannt, da hat er was gefunden. So, wir gucken mal, da hinten ist ein Rauchschwaden. Ah, wir können jetzt eine Blitzreise machen. Aber da sind wir ja gerade hergekommen. Und da ist ihre Dröhne. Die Dröhne. Da ist ein Rauchschwadi. Was soll denn das? Ja, da oben. Verstehen Sie nicht. Aber den können wir nicht anzeigen. Da hinten sind so komische, wie aus wie ein Tempel. Die Junge. Aber es ist schon geil, die Optik, oder? Ich hab's ja gesagt. Ich würde mir wünschen, dass man mal auf die Idee kommt, einen zweiten Teil davon zu machen. So, Cooldown, okay, ist in Ordnung. Wir gehen mal zum Hade. Moment. Warum sagen Sie das jetzt? Ja, weil ich dann muss... Machen Sie wieder Fotos, oder was? Nein, ich mach keine Fotos. Ich erscanne noch etwas, die Gegend. Der steht aber hier komisch. Das macht nichts. Können wir mit dem überhaupt fliegen? Der steht hier so beschissen. Haben wir denn hier gelandet? Ich glaube, ja. Der steht ja hier richtig bescheiden. Aber sie können doch fliegen. Ja, das stimmt. Oh, der steht nicht gut. Also, das ist... Oh, 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 oh. Der, der Verordnung, der allgemeinen Fahrzeuge. Steigen Sie mal ein, da. Steigen Sie ein. Ja. Ich tue es auch. Einfach starten einfach und dann gucken, dass die links wegkommen. Ja. Ich warte auf Sie. Ja, rechts frei, links frei. Jawohl. Das haben Sie gut gemacht. So, wir gucken mal kurz auf die Karte. Was möchten Sie sich holen? Ich würde sagen, wir holen uns unten die Waffenkiste. Die Zubehörkiste. Was heißt denn unten? Was heißt denn unten? Ich hab mal markiert bei B. Ne, das ist mir zu nah an diesem Story-Einsatz. Ja, aber da sind mehrere Story-Einsätze. Wir gehen einfach nicht an den Story-Einsatz. Ja, dann machen Sie mal. Dann fliegen Sie mal da hin. Einziger, der hätte auch laufen können. Ein Kilometer. Ne, 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 ne. War schön hier. Guck mal. Ein Golfplatz, hab ich doch gesagt. Ja, ja, aber von oben sieht der doch schöner aus. Was noch schlimmer ist, dass ich nur noch nicht wieder gehe. Naja, gut, auf der Straße. Ich geh mal hier links drüber. Ach so, gucken wir mal. Da ist... Ah, ja. Ah, was mein ich? Ach so, die ist in der Mission sozusagen. Oder auch nicht. Oder wir können da am Strand landen. Oh. Was halten Sie denn davon, wenn ich hier unten irgendwo lande und sie snipen? Äh, wenn Sie mal auf die Karte gucken, sehen Sie, dass da unheimlich viele Gegner sind. Ja, aber... Ja, ja, das kann ja sein. Ja, 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 ich würde mal sagen, dass sie irgendwo am Strand landen. Und das ist alles Gegner, egal was sie machen. Stehen da unten so viele? Ja, da kann es aber mal viel. Kannst du da auf der Brücke landen? Auf der Brücke würde ich nicht machen, weil wir müssen hier in der Brücke. Und jetzt runter, 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 runter. Die sind halt die VIPs, was soll's. Ja, wir kommen hier nochmal. Da siehst du schon der Erste. Da siehst du schon der Erste. Von da oben, hätten uns schon der Erste gesehen. Ja, hier sofort in die Höcke. Äh, du kannst mir nicht sehen. Du kannst mir nicht sehen. So, pass auf, der Erste mach ich jetzt weg. Nein, 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 ich mach gar keinen weg. Der liegt schon. Ah, wenn das ein anderer gesehen hat, dann zieht er da. Ja, der hat sich hingelegt, der ist halt Lüge. Aber, da liest halt, ach ne, Resort ist das. Ja, der Story-Einsatz ist weiter... Den wollen wir ja, den wollen wir ja nicht. Oh, oh, oh. Jetzt kommen sie hier hoch. Ich muss das machen. Nein, ich muss das auch nicht machen. Ja, aber ich muss das machen. Ich hol mir jetzt die Waffenkiste und dann bin ich hier wieder weg. Was sie machen, ist mir scheißegal. So, Waffenkiste liegt hier. Ich musste die doch umbringen. So, Waffenkiste, da ist sie. Die nehmen wir uns mal. Wie sind sie denn hier, ist ja die Waffenkiste. Sturmgewehrmagazin, ja geil. Wie sind sie denn hier, ist ja die Waffenkiste. Was soll denn das schon wieder? Kommen sie mal her, hier. Ich bin schon am Weg. Jetzt gehen wir genau auf dem Wege wieder zurück. Hau ab. Was ist das denn für ein Befehl? Hau ab. Ja. Das hat ja noch nie einer gesagt. Hau ab. So, was Zeit. Und tschüss. Erst mal in der Anrede, ne? Sie wissen schon. Ja, hauen sie ab. So, die haben wir jetzt sofort. Oder wir verpissen uns jetzt wieder hier. Wir gehen zum Harley. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, was, also ich jetzt besser wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte, wären wir jetzt weg gewesen. Ach ja. Ja, weil die, äh. Ach ja. Jetzt müssen sie kacken oder was. Wo laufen sie denn so gebückt? Ja, wenn sie das auch mal machen würden, bräuchten sie nicht immer welche wegzumachen. Da oben steht nämlich einer. Ach, den wollen sie nicht. Nein, 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 nein. Nee, das ist nur ein Ding. Das ist nur ein normaler. Kommen sie zum Harley. Ich gehe sofort ganz hoch, damit wir... Ey. Rechts frei, links frei. Er will. Markieren sie den Ausrüstungspunkt so ganz nach oben. Wen soll ich? Aquavere, das sieht cool aus. Oh, 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 oh. Scheiße, die haben uns. Ah ja. Ich mache mal einen kleinen... Optische Entdeckung. Sie wollen jetzt, äh, einmal, da haben wir Kingslayer-Akten. Nein, ich wollte die ausrüsten. Ja, ja, ja. Oh, nein! Nein, nicht schon wieder. Och, Mensch, ey, Leute. Bring sie raus. Da hat die mich getötet, ey. Alter, das kann doch nicht sein. Ich kann es nicht glauben. Immer diese Taste, Leute. Ich kann es nicht glauben. Was für eine Taste, das ist Taste E, die du gedrückt hast. Ja, ich will immer, ich will immer, äh, nach links und nach rechts und dann komme ich halt statt auf D. Ja, ich weiß. Und nicht A und E, das ist, äh, da haben sie krumme Finger oder was, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Super, es ist ja hier die Blatt. So, ich gucke mal, wo die Ausrüstungskiste ist. Die ist natürlich in dem Hauptgebäude. Also, die müssen wir wahrscheinlich, sie müssen erstmal erwäsch. Ja, es wäre schön, wenn ich jetzt erstmal, der lädt gerade. Ich nehme die Ausrüstungskiste. Das ist ein Vogel. Ja, entschuldigt, Leute. Aber das ist hier mit den, ne, man ist ja auch nicht mehr zuerst. Krumme Finger. Das ist krumme Finger. Nein, das sind die dicken Finger. Die sind 800 Metern. Kann ich da zu Ihnen kommen? Ja, sehr. 1,3. Ja, super. Ich kann aber zu Ihnen, glaube ich, sporten. Nee, gehen Sie mal zu der Waffenkiste da. Hä? Zu der Ausrüstungskiste in die Richtung. Nichts ja noch weiter. Ja, ist egal. Ich schwimm da auch mal hin. Ey, hast du einen Knall oder was? Warum sagen Sie das? Also, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ich hab was abzugeben hier. Ja, es ist, es ist, es ist, ähm, es ist einfach doof, genau. Ich hab hier jemanden abzugeben. Na, geht das schon mal los. Die, äh, die könnt ihr gerne euch irgendwo im Schrank stellen oder sonst irgendwas, weil die, äh. Jetzt kommt ein Insider, Leute. Ja, genau. Herr Hoxen, aber nur mit Gartinen. Ja, wahrscheinlich. Jetzt will er mich schon wieder abgeben. Das hat er schon mal gemacht. Gib die ab, einfach. Ich kann mit der nichts anfangen, weil... Meine Güte, das ist einfach nur abgebucht da oben. Die macht nur Kacke, die macht nur Kacke. Das ist, das ist... Ich wollte mich einfach nur drehen. Ja, 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 genau. Und wenn man krumme... Und dann bin ich auf Ege gekommen. Genau, wenn man krumme Finger hat, dann... Wo passiert das halt? Sie können ja mal in Erfahrung bringen, ob ich das E vielleicht auf eine andere Taste legen kann. Ja, wieso E? E, da bleibt doch E. Ja, wenn ich aber woanders drauf drücken muss, um auszusteigen, wäre das schon sehr sinnvoll. Warum? Dann drücken sie da drauf. Dann ist eigentlich ihnen ja völlig egal, weil sie drücken ja eh auf die Taste. Nein, aber wenn, wenn, wenn dieses Aussteigen, sage ich jetzt mal, auf E zu einer bestimmten Pistole ist, dann ist das weit, weit weg. So meinte ich das. Da ist egal, wir lassen das ein. Ich bin eine Meisterschwimmerin, Leute. Schwimm heute Zwischenze hier. Schwimm und Kletterfüße, was ich auch jemals gesagt habe. Oh, das sagt... Könnt ihr euch drauf verlassen. Schwimm und Kletterfüße. Nein. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Ah ja. Ja. Und warum bin ich eher da als du? Ja, weil neues Jahr, neues Glück. Nein, da sind sie gar nicht. Ich bin da, wo sie markiert haben. Das kann ich sagen. Ja sicher. Ich habe noch 800 Meter. Ach, sie auch, ich auch. Komisch, ne? Das ist wie eine, ähm, wie sagt man, ein, ähm... Ach, sagen Sie ruhig. Äh, A, B-Quadrat zu C-Quadrat, ne? Schwimm und Kletterfüße, weil ich gesagt habe. Gleiche Schenkel. Oh, hier ist Unidat. Oh, das liegt schon. Ja, sehen Sie, sehen Sie. Bei mir nicht. Ja, bei dir. Du bist ja auch im Wasser, du Vogel. Richtig. So, ich habe aber, ich bin aber gleich da. Ja, in 600 Metern, ja. Kann ich auf Sie schießen, wenn Sie in dem Wasser sind? Was? Nein, lassen Sie das. Ich habe gehört, hier sind Piranhas im Wasser. Lassen Sie das. Warten Sie mal, ich schieß mal auf Sie, warte mal. Ich hole jetzt die Superhaarkiste. Fassen Sie lieber auf Ihre Uni. Ja, hier ist überall Unidat. Hm, wie ist das eine Unidat-Basis? Äh. Machen wir mal ein Dröhnchen. Ja, Moment. Oh, hier ist überall Unidat. Oh, fuck. Ich mache mal im Nass. Ich mache mal Dröhnchen. Ob ich da überhaupt hochkomme. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich mache mal Dröhnchen. Also, bei mir ist keine Unidat. Ich sehe eine kleine Unidat aus. Ah, doch, da. Der kleine Kackfugel. Haben Sie schon wieder das gesagt? Ich habe Kackfugel. Ich komme hier gerade an Land. Das Schönste ist... Oh, warte mal. Hier ist eine Ausrüstungskiste. Die können wir gleich mitnehmen. Ja, aber Sie sind ja ganz woanders. Ich muss doch mal ins Wasser. Nicht weit weg von Ihnen, aber... Oh, 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 oh. Lecker Gewürze. Hm. Freunde, das geht hier gut. Warten Sie mal, ich mache mal die Ausrüstungskiste. Sie können nicht einfach eine Ausrüstungskiste machen. Ja klar, die steht hier rum. So, Freunde, danke schön. Und ich gehe jetzt mal nach Oeben drüben. Halten Sie mal den Mond drüben. Äh, wie komme ich zum Dach? Da ist die Weg. Vorsicht. Einmal nach Oeben drüben. So, da ist die Aus... Oh, die auch. Also, ich brauche die Ausrüstungskiste ja gar nicht machen, oder? Oder muss ich die machen? Oh, da sind die, gehe ich nach. Wo war die denn? Am Strand? Nein, Sie brauchen die nicht machen. Ich habe die für uns gemacht. Nachschubkiste meinten Sie. Ah, scheiße, das ist auch nicht das. Schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Oh Mann, wenn nämlich sie... Warte mal, ich muss noch eins machen. Ich schicke eine Drohne. Sieh nur fünf. Ah, du scheiße. Aber warum rennst du denn dahin? Das ist doch dahinten. Ja, aber ich muss da hoch. Ja, warum gehst du denn hier hoch? Weil ich das nicht kann. Ach, ich mach das schon. Ich sag's nicht. Scheiße. Ja, dann müssen wir die Weg machen. Ah nein, fuck. Fuck, 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 nicht Unidat. Du bist ein Vogel, ey. Die macht einfach. Ach, fuck. Jetzt kriegst du den Tritt in A, statt machst du ganz alleine jetzt. Ich halte mich da raus. Ey, wenn du machst ihn jetzt weg? Alter, das ist doch nicht wahr. Alter, was ist mit dir los? Warum schießt du auch mit dem Dings, ey? Hast du keinen Schnell... Mit dem Sniper schießt die. Oh, du warst da. Vielen Dank. Du tauchst auch gar nichts. Ja, wir müssen hier weg. Ja, du tauchst nix, ey. Komm hier hoch. Ja. Himmel, Herrgott, ey. Dass ich mich ewig über die aufregen muss, ey. Ja, toll. Bist gesehen worden, ne? Da ist dein zweiter Tango. Nein. Ja, klar. Unidat kommt hinter dir her. Nein. Ich muss jetzt gegen die kämpfen. Danke. Supergeil. Nein, du brauchst nicht gegen die kämpfen. Doch. Ich tu mir jetzt die Kiste und dann bin ich hier weg. Alles klar. Und mir hättest du die Dings auf dem Hals. Super, ey. Das gemacht ich, ne? Oh, die haben ich verloren. Ja, ist auch nicht. Ja, der Kontakt aus. Die haben Kontakt aus verloren. Ganz schön wild hier. Warum rennst du nicht einfach mal gerade aus? Wo rennst du denn lang? Ja, weil ich muss hier zwischen den Kontakten durch. Hier sind mir zu viele Geht. Ja, macht der Nutz. Ich hole mir jetzt die Kiste. Nice, 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 sneaky. Oh, da sieht mich einer. Ja, sehen sie? Ach was. Ich mach jetzt alle weg, ey. Das ist mir scheißegal. Einmal dröhne. Nein, da. Eins, zwei, drei. Hallo, da sieht mich einer. Warum sieht mich da einer? Warum sieht mich da einer? Was soll das? Oh, oh, verfickte Scheiße. Wie sieht einer? Wo hat der mich denn gesehen? Warum hat der mich gesehen? Ich hab hier ein bisschen Problemchen. Ja, super. Ich hab nur ein bisschen. Ach, mich hat's... Ja, ist mir scheißegal jetzt. Ich kann dir leider nicht helfen. Oh, der ist geschützt. Okay, der eine ist down. Oh, 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 oh. Oh, jo. Danke. Oh, läuft gut, ey. Läuft gut. Wir sind richtig gut. Ja, wir müssen uns, glaube ich, erst mal wieder so ein bisschen... Ich glaube, wir sind richtig gut, glaube ich. Wir sind Pro-Gamer. Neues Jahr und neues Glück, ne? Neues Jahr und dieselben Idioten. Na, wieder ein Berg hier. Ja, wir müssen uns ein bisschen hochpimpen, auf jeden Fall. Du brauchst dich nicht hochpimpen. Du musst nur mit deinem... Mal endlich dein Snipergewehr mal an der Seite legen. Meinen Sie? Ja, und endlich mal das machen, was du auch wirklich machen musst. Ja, ich... Moment, das Snipergewehr ist ja eigentlich zum Zielen das beste Gewehr. Ja, ja, gut, auf Entfernung, das ist schon korrekt. Ja, wenn ich ein Köpfchen sehe, dann... Und der Typ, der hat sich vorhin umgedreht. Jetzt bin ich wieder am Strand. Ja, dann drehen sie sich um. Ach, du Scheiße. Okay. Hör sie auf. Hör sie auf. Kann sie wieder da hinten rüber schwimmen, ey. Ne, da ist doch ein Steak. Ein Steak? Ein kleines Steak. Genau, ein Steak. Ich fahre. Jawohl. Los, komm rein. Los geht's. Haha, das wäre jetzt auch noch so eine Sache, die wir nicht haben. Haha, Sprit. Kleine Meile. Ja. Fangen wir mal die Nachtsicht schon mal an, zur Sicherheit. Ja, da müssen wir dann doch ein bisschen... Ja, wir holen jetzt nur in die Kiste und hauen wieder ab. Haha, ja, das wird wohl nichts. Müssen wir uns doch ein bisschen mehr anstrengen, leider. Ja. Aber sie lieben das ja, ne, so ein bisschen. Guck mal, wir können auch mit dem Heli dahin. Ne, den holen wir nachher. Okay. Das sieht so geil aus. Ja, 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 das stimmt. So, ich würde mal glatt sagen... Wir müssen ja irgendwie da hoch, ne? Richtig. Bomben machen wollen wir jetzt, ja. Ja. Dankeschön. Ja, klar, erstmal ist was. Ja, erstmal die andere Seite. Springen beide zur anderen Seite raus. Ja, klar. Ja, klar. So, erstmal die Nachschubkiste. Erstmal ein bisschen Muni holen hier. Brauchen wir doch nicht. Aber ich brauche. Ich habe ja mehr geschossen als sie. So, jetzt sind wir nur noch 500 Meter. Lass mal ein Dröhnchen steigen, Fräulein. Bevor du hier irgendwas machst. Setze Drohne ein. Ich glaube auch... Die Drohne ist oben. So, Drohne ist oben. Pass auf jetzt. So, der Bau ist da hinten. Da ist ein Hubschraube. Da braucht man nur die Straße lang. Hier ist niemand. Jogi, ja, ne? Warum auch immer was sehr, 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 sehr. Also, ich würde ja fast sagen, wir gehen jetzt einfach mal. Da sind wir da. Das ist doch schön. Komm jetzt. Drittes Ziel. Ja, warten Sie. Ich habe gerade welche. Ja, ist gut. Dann gehe ich schon mal vor. Die gehen ohne mich. Warum denn nicht? Ja, hier habe ich die gerade weggemacht. Die beiden Uni-Dazis. Oder Sie, oder... Folgen Sie mir! Jawohl. Oh, warte mal. Hier sind auch noch welche, glaube ich. Moment. Ich gehe mal hier um die Ecke. Na? Nein, da sind nur Zivilisten. Okay. Den sind auch von Minimap. Die sind doch in Markad. Zivilisten, Zivilisten. Alles Zivilisten. Moin! Hallo. Moin. Ja, die sind genau da, wo wir das eigentlich nicht erwartet haben. Äh. Jetzt gehen wir mal über die linke Flanke. Ich würde mal glatt sagen, wir gehen über die rechte. Okay, Sie links, ich rechts. Ich mache mal eben... Ja, machen Sie nochmal Dröhnchen, bitte. Das wäre von Vorteil. Ich zähle fünf. Da sind welche. Ich gucke mal, ob ich von rechts nach links die Sache hier erledigen kann. Eigentlich geht es ja nur um das, äh, ne? Um das. Eigentlich ja. Aber ich gucke mal, ob ich die leise alle wegholen kann hier. Wenn wir natürlich den Skill hätten, dann könnten wir die natürlich von unseren Kumpels auch, ne? Warum kriege ich den nicht? Was auch, ich kann zwei Stück auf einmal wegmachen. Na, lassen Sie das doch erstmal. Ja, warum denn? Lassen Sie mich doch erstmal aufklären. Ja, klären Sie mal. Mal dieses hektische, zwei auf einmal. Wenn jetzt hier gleich Alarm aus ist, dann ist... Ja, dann ist Alarm. Kennen diesen Spruch von Ihnen. Wenn gleich Alarm ist, ist Alarm. Du hast einen nicht markiert, dann ist der hier. Ja, ich muss gucken, der ist im Haus. Den habe ich markiert. Das sind ganz viele. Der ist im Haus drin. Ich gehe da mal rein. Der sieht mich jetzt nicht sofort. Ich kann den Sniper wegmachen. Warten Sie doch einmal. Ich will erstmal hier im Haus den erledigen. Lass mich den Sniper doch erledigen. Den sieht doch keiner. Dann ist der doch weg. So, Kollege, bleib stehen. Sniper down. Ja, Schuss. Ja, bleib doch locker, Mann. Die wissen noch gar nicht, wo der hergekommen ist. Super. Deshalb machen Sie jetzt auch Alarm. Weil Sie hier einen Schuss gehört haben. Ja, und? Du bist doch in Sicherheit. Was willst du denn? Dir kann doch nichts passieren. Naja, was heißt denn Sicherheit? So weit bin ich nicht weg. Die beruhigen sich auch wieder. Ja, Leute. Ich würde sagen. Nee, ihr bleibt jetzt dabei. Noch hat keiner... Sie regen sich nur ein bisschen auf. Die beiden hier im Haus kann ich schon mal wegmachen. Jetzt sind immer mehr hier am Blinken, ey. Ich kann die beiden hier im Haus erledigen. Hier blinkt irgendwie jetzt alles. Das ist doch super. Vielleicht wollen die ja... Vielleicht wollen die ja abbiegen. Man weiß es ja nicht. Der mir alles in Alarmbereitschaft versetzt. Ja, dann macht er nichts. So, Leute. Wir sehen uns gleich. Macht's gut. Tschüss. Tschau.